so aber ist es back to back to back to back to back mr. m m Also warum genau spielst du jetzt nicht den Octane Skin, den du gekauft hast für 20 Euro? Also, ich brauche auch noch eine Antwort auf die Frage, wa? Ja, die kriegst du dann irgendwann. Was kriege ich dann? Ach so, die Antwort. Wo gehen wir hin? Äh, jetzt nicht Border-Treatment, weil jetzt wär's zu spät. Das ist wieder so ein Typ, wa? Das gay-robot. Weißt du, kannst du dich noch erinnern? Jaja, gay Pathfinder heißt die Folge. Ja. ja drei haben wir damit gott wutschersen ich habe einen extended heavy mac level 3 bräuchte ich sogar diesmal also aktuell brauche ich das sogar hast du eine flat ne ich habe eine spit und sagst du arrange oder ist es jetzt ich glaube dieses game ist es nicht ich glaube ich habe das manchmal doch jetzt hat er den drei berg genommen man hat er nicht wusste jetzt hat er jetzt hat er facet weil ich habe aber auch einen ach so das war war und ich habe auch einen hast du denn nicht wie habe ich den den du gepinkt das hast du denn dann ist das der ich habe es geboten gehe ich nicht durch sag mal hast du für mich einst 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 der kleid oder halben 20 recht ich hab selbst zu viel ich brauche halt nur irgendwas so weit zu finischen hier ist auch alles gelootet airbase das ist wahrscheinlich aufgelootet ja ja okay irgendwie irgendwie glaube ich wir sind so fucked was für den schüssen oder bei gauntlet ja das ist nicht bei gauntlet ist nicht bei gauntlet dann ist hier dann haben wir beide was gehört aber bei gauntlet ist auch was ich habe zwölf games und 250 ich spiele aber nur bis level ab ich habe keine zeit los ich werde halt nicht so viel machen können ich kann mich weder heilen noch sonst was dass mich den looten wusste neben der goldberg zweier gibt mir hat keine points was machst du ja der hat voll kittet dings gab bettet der wald sollten wir sollten vielleicht helfen ich würde gern die muni looten ok ich komm war das alle ich hab zwei level drei habe ich blau ich hab blau ist das leer ok dann nehme ich mal ne ich weiß nicht welches besser ist nimm das mit weniger damage das hat gar kein damage das hier was ich hab nein wie viel damage du machen musst ach so 248 ja und jetzt guck auf das andere wie viel damage du da machen musst kann ich nicht nehmen da fuck ja musst du drücken dann zuerst genau mother fucker gerne brawler mit dem select feier ich bin ich bin von garbage equip auf insane equip umgestiegen um gestiegen und jetzt auf gleich so kann ich jetzt aber noch irgendwas hier nehmen den stock kann ich noch gebrauchen das hier mache ich mal hab ja nicht genug davon das habe ich schon hier ist eine externe drei oder ich habe schon eins dann kann ich noch das hinnehmen ok jetzt habe ich alle kisten gelootet das ist mein digi das hatte ich ja auf der prowler da wie viel light demo hast du 420 kannst du mir einen stack geben falls meine ausläuft ne ey yo du er hat es nicht genommen er hat es nicht genommen also no it's ok no 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 fail ja dann gib es mir ich habe es nur wieder genommen dass er es nicht nimmt i i i thought you you took die ammo direkt wieder auf den armen random gehen hier der arme random also ja sagst du mir ja bitte verstehe dein problem hier ist ein ticker drin naja auf dem dach ist er immer hoch gar b sch da unten ist ein was ist da das brutale ist noch nicht auf da hinten jetzt ist es offen da hinten vielleicht kommen wir nochmal durch ich weiß eine axel wenn die durchkommen ja dann gehen sie instant wieder zurück da unten rock knocked nice die kommen jetzt wahrscheinlich zurück ja ne kommen sie nicht steps da ist wieder im portal hinter uns ja ja oh okay wir sind cornered ammo broke push den ja ich auch ammo broke ammo broke modus ja renn weg ich renne nicht mit daher hinten längst hingegangen wenn der zwischen hier finished gib mir das fuck it fuck das evo shield sicher weil vielleicht hättest du nicht mehr so viel damage gebraucht habe ich auch nicht aber es ist whatever ich habe lieber das als das evo ich mag das evo nicht und ich habe nicht mehr so viel mund ich habe nur 187 left hat der hass ist nein ich habe den grad ja nein nein nicht das ich meine heavy ach so ja dann vielleicht zum zu dem anderen den wir folgen gemacht haben hoffentlich noch drei squads nice one modus ne der hat ne volle haare ne an 99 ok beides kurz zu falten könnte echt knapp werden für mich wenn die wenn keiner davon heavy hat ist den stock brauche ich unter uns ist ne kiste hinter dem stein hinter dem stein einer noch oh 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 ich werde abgeschossen hab den einen gefinished schlau der andere ist schlau ich leih mich ich heil 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 mich nicht overextenden modus die anderen sind in der höhle die anderen sind in der höhle rennen aus der zone raus einer hat goldammer ja airstrike äh ich geh ins haus ich geh ins haus okay ich muss hier weg unser mate hat unser mate hat red ja ich hab einen genockt hast du den gefinished ja da unten ist die box der geht aufs der geht da drauf ich hab jump pad ich komm mit ammo broke ich fall wieder runter er ist knocked er ist nur noch ein team er ist dead meine ich aber sie fightet helf 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 neiiiice so back to back to back to back to back to back fünf aller der number five hell yeah der damage ist ja nicht schlecht weißt wie ich mein schon mal das ist ja kein bock entst da hier hat du Untertitelung des ZDF, 2020